Oh mein Gott! Shit! Wie bekommt man die U-Meta dann da raus? Das ist jetzt eine super Frage, die ich nicht beantworten kann. Hm. Erstmal noch ein bisschen von diesem komischen Dai da reinstecken. So. Und was ist denn, wenn man die mit Lava und Plastik backet und ein Lava-Bucket? 16 Stück direkt. Puh, das ist viel. So. Ein Wasser-Bucket habe ich dabei. Wollte ich aber nicht dabei haben. So. Buckets für Lava. Schön. Gehen wir doch mal in den Nether. Und ich hoffe... Ach, ich habe zum Glück mein... Mein Feuerzeug dabei. Also kann es von nichts Großartiges passieren. So. Wieder raus. Oh, ist hier viel Zeug drin. Das ist so heftig. Müsste eigentlich hier mal eine Turtle... Aua. Eine Turtle... Hinsetzen. Mal gucken, was die dann macht. Das wäre mal eine geile Idee. So. Lava. Lava. Lava-Bucket plus das Zeug. Gut. Machen wir mal einen davon. Einmal das und einmal der da. Hallo? Ach so. Man braucht... Okay. Man kann nicht einfach so nachladen. Schade. Was ist damit? Na, die muss man auch... Aber hey, die sind dann feurig. Huh. Super. Ähm. Ja. Haben wir vielleicht irgendwo Flint rumliegen? Ich fürchte leider nicht, da ich... Doch, ich habe Flint. Äh. Federn. Neun Stück. Und Sticks. Haben wir dabei. Super. So. Das kann weg. Die Lava-Teile können erstmal weg. So. Äh. Die Iron Bars könnten eigentlich geschmolzen werden. Denn die brauchen wir sowieso nie wieder. Zack. Das kommt da hin. Und dann kommt dieses Die nochmal weg. Und dann, äh. Muss ich noch Gunpowder holen. Zum Glück haben wir noch mitten in der Nacht. Gunpowder. Gunpowder. Creeper. Wo bist du? Hinter mir. Oder da. Da. Der Creeper sieht schöner aus. Da ist er noch. Komm her Creeper. So. So. Hat er irgendwas droppen lassen? Nein. Super. Da hinten ist auch noch ein Creeper. Uhu. Komm her. Der hat aber. Da. Gunpowder. Super. Haben wir noch irgendwo Creeper? Ich weiß, es ist ein bisschen cheaterisch, jetzt auf die Map zu gucken. Aber wieso nicht? So. Da vorne müsste irgendwo einer sein. Habe ich doch gerade gesehen. Da. Äh. Der müsste unter mir sein. Da ist auf jeden Fall einer. Oder? Ja. Da ist er doch. Flieg. 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 Und komm her Creeper. Ja komm her. Oh. Das wäre jetzt natürlich super elegant. Hier haben wir. Da liegt. Da ist noch einer. Dann sollte die, wenn man die auch hat, schon zerstören. Ah. Komm her Creeper. Du siehst mich. Du willst mich doch. Komm her. Ja. Schön drüber hüpfen. Jetzt zwei Schläge. Und. Du auch nochmal. Ja. Und ich würde sagen, habe ich erstmal genug. Und kann. Nach Hause. Natürlich. Auch mal etwas unterwegs essen. Und dann extra langsam zu werden. Aber das ist ja immer so. So. Flieg. Mein kleines Ding. Flieg. Flieg. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wie schön. So. Lade das Teil dann nochmal. Naja. Ich sollte vielleicht erstmal. Äh. Pfeile machen. Zack. Und federn. Und. Da haben wir dann 37 Pfeile. Ist doch schon mal schön. Nein. Egal. Wir eh nicht genug. So. Äh. Davon mache ich jetzt eine. Feuerig. Achso. Ja super. Habe ich noch mehr Scheiß hier rumfliegen. Naja. Zumindest ist der eine jetzt leer. Kann ich auch unten wieder hinlegen. In diese Tüste. Dann weiß ich immer wo ich den habe. So. Dann lad das Ding doch einfach mal nochmal. Oh scheiße. Geil. Oh jo. Woher sollte wieder Nacht werden. Obwohl. Wenn ich jetzt. Kann ich damit Öl in Brand schicken? Nein. Schade. Das wäre cool. Habe ich den jetzt getroffen? Scheinbar nicht. Schade. Huh. Ach nein. Nachladen. Genau. Ich kann das Ganze auch stacken. Oh. Das ist vielleicht eine geile Waffe. Wenn ich jetzt nur einige Creeper erledige. Dann wird diese Waffe so übermächtig. Die Frage ist. Fiery. Einmal Flint and Steel. Und dann wären daraus vier. Ja okay. Genug Pfeile habe ich ja erstmal. Dann versuche ich die Waffe mal schön voll zu laden. Und. Guck mal was dann damit passiert. Was? Achso. Das eine Magazin habe ich hier drin. Super. Spinnauge kommt auch mal weg. Vielleicht brauche ich das ja irgendwann mal. So. So. Dann haben wir auch schon mal die Needle Gun geschafft. So. Jetzt kann ich mir eigentlich auch einen Braustand bauen. Muss ich irgendwas machen, um das Juju-Meta da raus zu bekommen? Und da gibt es überhaupt. Es gibt gar keinen Juju-Meta mehr in diesem Sinne. Und wie macht man dann, äh, 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 quantum Sachen, die dann Iridium brauchten. Und das dann, und... Inget. Wie kann man da ein Juju-Meta machen? Kann ich das vielleicht, indem ich... Einfach ein Bucket da reinlege? Nein. Brauche ich dafür eine Zelle? Okay, scheinbar brauche ich dafür etwas anderes. Äh, das muss ich aber vor der nächsten Aufnahme mal angucken, denn jetzt macht das keinen Sinn mehr. Aber, was noch Sinn machen würde, ist nämlich... Ähm... Ich habe... Exo-Armor gibt es ja nicht mehr. Ex-Swords und Nagelgels gibt es auch nicht mehr. Portal Gun. Was ist mit der Portal Gun? Portal Gun. 4, 3, 2... ... ...